so dann schauen wir noch mal kurz darüber und hier geht schon runter kohle jetzt hört mir gerade auf wir haben gar keine werkbank dabei das heißt wir können gleich noch mal rausgehen und zwei bäume abpacken das wird nicht die werden ohne werkbank können wir uns keinen nachschub sozusagen an werkzeugen kraften deswegen müssen wir noch mal kurz da hoch nein es hat geklappt theoretisch müssten wir jetzt eigentlich auskommen und so wie die theorie ist so stimmt auch um die hat uns kurz mit der hand das heißt nicht reicht es schon erreicht wir gehen noch mal hoch weil der ort hier kann ich hin heute erst noch mal hier runter gehen und zu schauen was da so das ist eine riesen höhle also wenn wir da später nicht keine diamanten finden weiß ich nämlich auch nicht hauptsache wir finden eisen weil da geht uns eisen nie aus so pilz das ist ein stein pilz also stein pilze weil die wachsen auf steine ist es jetzt auch stein pilze nein spaß ich hoffe ihr versteht es mich gut das muss ich jetzt immer sagen komischerweise habe ich schon irgendwie angewöhnt weil manchmal rutschte ich so vom mikrofon weg nämlich faktisch am stuhl an da bin ich so halben meter vielleicht so von mikrofon entfernt und ja den rest weiß man ja dann was dann ist wenn man halben meter vom mikro entfernt ist wenn ich schreibe es in die kommentare ich beantworte es dann für die was es nicht wissen dann gehen wir hier weiter runter mit einer schaufel eisen abbauen das ist also wird jetzt kann so schnell wie eine eisenschaufel wer es so schnell schafft wie mit einer eisenschaufel der kriegt von mir 50 cent ne spaß so dann bauen wir da mal redstone abnüsten schon sehe ich gerade auf höhe elf was ist auf höhe elf richtig richtig die rammante und ich trinke erst mal was das schmeckt super geil das ist der neue schmeckt super von ist ja wer wird es jetzt nicht den namen sagen vielleicht sollte ich mir mal angewöhnen auch mal wasser mitzunehmen Wäre vielleicht nicht schlecht in solchen Situationen wie jetzt zum Beispiel. Oh, jeder kennt mich ja. Ich vergesse viel. So, jetzt muss ich kurz mein Mikrofon ein bisschen hindrehen. So, weil dann kann ich so sitzen bleiben wie ich jetzt sitze. Da muss ich mich nicht immer so vorbeugen. So, ich muss auch manchmal ein bisschen ruhiger sein, dass ich dann beim Cutten besser den besseren Punkt finde. Ich mache hier mittendrin einfach so einen Cut. Also was ich mache nicht mal. Ich schaue doch nicht immer auf die Uhr und schaue. Hey, 10 Minuten muss die Folge beenden. Nein, mache ich nicht. Also, manche sehen ja, dass ich bei der, also je nachdem, was man die Videos schaut oder so, da sieht er, dass manche Videos schon 15 Minuten gehen. Das heißt, ich habe aber nicht so einen Wecker da oder so ein Handy. Gut, das Handy liegt da, dass ich weiß nicht, wie viele Minuten ich jetzt insgesamt habe. Aber, ich schaue nicht auf die Uhr und sage, hey, genau jetzt muss ich beenden. Das mache ich. Das geht bei mir nicht. Ich kann nicht das da beenden und da wieder weitermachen. Und wenn ich nicht immer hier runterfahren würde, dann wäre das Wasser jetzt schon hier weg. So, da fahre ich natürlich wieder runter. Ein Problem. Das mache ich jetzt auch anders. So. Zack. Dann machen wir das jetzt so. Schluss mit Wasser. Hat etwas in YouTube gepostet. Naja, gut. Also, wer sich jetzt denkt, man kann in YouTube was posten, der hat sich geschnitten. Weil jetzt gibt es auf Facebook eine Gruppe, die heißt YouTube. Und da wurde was gepostet. So. Da hinten waren wir noch nicht, ne? Dann gehen wir mal kurz dahinter. Nachdem wir hier das Eisen abgefrandt haben. Jetzt haben wir schon wieder ein Stack Eisen zusammen. Und das ist nicht mal in der Lässer probiert. Gefühlt, das sage ich jetzt mal. Gefühlt, die 10 Minuten in einer Höhle waren. Ja, ich weiß, es stimmt nicht, dass 10 Minuten sind. Ist länger her. Oder kürzer. Oder keine Ahnung. So. Gut, dass wir hier nicht online spielen oder so. Sonst kommt jetzt bestimmt für eine von hinten und schlubst mich. Wie es manche ja gerne tun. So. Da ist jetzt jeder Eis. Aber es bringt mir nicht sehr viel, wenn ich dann in Lava reinfalle. Ja, ich habe schon mal ein Video gesagt, dass ich sehr oft so sage. Und ich sage gleich dazu. Nein, ich habe keine Soho-Krankheit. Das habe ich mir einfach angewöhnt, dass ich bei jedem Satz da oder gut, dass wir jetzt aus dem Wasser raus sind. Äh, aus dem Wasser. Aus der Lava raus sind. Sonst hätten wir das jetzt nicht überlebt. So, gehen wir mal hier durch. Und da drüben nochmal runter. Ich weiß dann noch nicht, was man mit dem vielen Redstone anfangen. Aber wie gesagt, wie gesagt, dass ich noch nicht weiß, was ich noch so alles bauen möchte. und sagt, keiner sagt jetzt, ich habe keinen Spaß mehr an YouTube. Das stimmt nämlich nicht. Ich habe mehr Spaß an YouTube, als man es sich vorstellen kann. Bloß mir fehlt die Zeit, immer zum Beispiel fünf Stunden an dem PC aufzunehmen. Da fehlt mir die Zeit, so. Aber ich musste jetzt einfach mal gesagt haben. Und jetzt fangen wir an, Script Mining einfach zu machen auf Höhe 11. Mal schauen, was wir hier unten alles so finden. Ob wir Diamanten finden oder nicht. Das seht ihr, wenn das Licht aufgeht. Nein. Natürlich müssen wir wieder ein paar Lichter anmachen. Wer hat das Licht ausgeschalten? Redstone. Eisen. Aber jetzt haben wir schon sehr viel Eisen. Wir gehen, also, wir gehen jedes Mal auf eine Eisentour. So viel Eisen, wie wir jedes Mal mitbringen. Ähm, ne? Ich hätte mir eigentlich schon eine Burgers Eisen waren. Wenn es nicht so viel Arbeit wäre. würde ich sie schon längst stehen. Nein. Spaß beiseite. Die würde schon zweimal stehen. Jetzt haben wir uns 26. Ah, ne. Oh, jetzt habe ich doch 26 Redstone. Ei, 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 ei. Jetzt habe ich gedacht, da wäre was. Da hat er doch nichts. So, jetzt habe ich schon wieder ein Flint dabei. Oh, komm her, Flint. Gehe, sterben. Mit Flint kann man sich ein Feuerzeug kraften. Wenn wir nicht schon ein Feuerzeug hätten, würde ich es ja mitnehmen. Aber wir haben auch noch geliebten Flint. Das ist ja auch noch das. Wir brauchen wir uns. Wenn wir so viel Diamanten finden, wie wir Eisen finden würden, dann wäre es natürlich geil. Aber wir finden ja schlecht Diamanten immer. Ich weiß es nicht, an was das liegt. Vielleicht liegt es daran, dass ich immer genau vielleicht vorbeigrabe. Oh, ich war ich einfach nicht richtig. Strip Mining, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, an Strip Mining kannst du ja nicht legen, weil das kann man nur geradeaus graben, sage ich mal, an Strip Mining. So. Oh, wie gesagt, ich bin gerade farmen. So, ich hoffe, ihr seht es wieder was. Aber das wird wahrscheinlich der oben Lape Slatsuli sein. Das wird kein Diamant sein. Diese berüchtigen Gefallen, was da immer sind. Die sind ratenberaubend. Genau, das ist Lape Slatsuli. Diamant, also Diamanten, müsste den Höler sein oder ...